So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Naraka Blackpoint. Wir haben endlich wieder ein gutes Team und Stachelbolten. Nice. Und das noch, für Dolch. Cool, das waren zwei Dinge, die wir die jeweiligen Waffen gebrauchen können, die wir benutzen. Dolch und dann Armbus. Stab haben wir hier auch wieder, lol. Ist das gut? Warte, nee, das war das hier. Verändert Horizontal, Stinge, das Dolch-Dash. Upsala. Was ändert sich denn jetzt? Alter, wie viele Leichen hier sind? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Keine Ahnung, Alter. Schaut euch das mal an, ey. Das haben wir ja alles gemacht. Letzte Folge. So. Jetzt haben wir den ganzen Angriff verloren. Ist aber, denke ich, kein Problem. Wir brauchen nur, oh Gott, nicht das. Wir brauchen nur die Waffenkoffer. Ne, das brauchen wir auch nicht. So, es leben noch vier, heißt, wir sind eigentlich schon fertig. Wir grüßen ihn einfach mal. Ach, das ist jetzt ein anderer, lol. Sind die schon am fighten? Ne. Der letzte könnte ein AFK sein, weil wir haben da halt 15 Leute gekillt. Ich denke, das waren die einzigen Spieler jetzt, die noch, die noch, äh, da waren. Das Team war auf jeden Fall gut. Wir waren gesplittet und outnumbered, aber haben es trotzdem geschafft. Ich habe auf jeden Fall auch gut mitgeschossen. Der Gegner hatte auf jeden Fall Pressure. Ich denke, das war's schon. Wir können ja ein paar Frostmünzen farmen jetzt, in der Zwischenzeit. Ups. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Noch eine Frostmünze. Erhalte insgesamt 10 Frostmünzen. Ich glaube, das ist der tägliche Limit. 11? Okay. Never mind. Wir kriegen den Buff auch, gell? Wenn die den jetzt holen. Leben hat nicht einfach für mich. Ich verdiene die Siegung. Und alles, was ich will. GG. Glory ist yours. Wir hatten, oh. Halb so viel Damage wie der rechts, ne? Der Arceus. Der hat anscheinend gecarried. 16 Kills. Läuft. Läuft hart bei dem. Wir haben 5 Assists. Gut, wir haben irgendwie die meisten Kills geklaut. Von Ryujin. Also, wir haben Ryujin supported. So wie es hier ausschaut von den Stats her. Er hat zu viele Assists, obwohl der Nahkämpfer ist. Und wir haben anscheinend die ganzen Kills hier geklaut. Also ist ja nicht schlimm, ne? Macht ja auch nichts. Und der da, Akers, der ist irgendwie gesolot, ne? Das war der, der Solo war. Oder so. Keine Ahnung. Sieht zumindest vom Graphen her so aus. Die kriegen auf jeden Fall einen Daumen hoch. Weil die waren echt gut. Lebkuchenlimit erreicht. Warte, erstmal das hier. Ja, erstmal Held. Talent. Das ist das Wichtigste. Beleveln das hier. Zack. Rettungstempo erhöht. Und nochmal. Rettungstempo erhöht. Bam. Jetzt haben wir ein Rettungstempo von 21%. Maximum wären 22,5. Es kommt natürlich nur was dazu. Es sind also 45% am Ende. Also 45% Rettungstempo können wir am Ende haben. Das ist schon schnell. Wir müssen einfach einmal ulten. Oder wir müssen nicht mal ulten. Wir müssen einfach nur kurz 3 Sekunden lang unentdeckt sein. Während wir den Teammate retzen. Und das war es dann schon. Das ist schon stark. Da muss der Gegner einfach nur kurz nicht aufpassen. Das reicht schon, wenn er daneben steht und lootet. Das reicht vielleicht auch schon zum Retzen. Wir können da immer hin und her laufen. So, warte. Haben wir genug? Ne, wir haben 0. 0 Frostmünzen für das Event hier jetzt. Heißt, wir kommen nicht mehr weiter. Oder der ist hier noch am Schaffen. Erkunden im Gange. Sorry, ja. Ach, das ist die Erkundung. Dass wir das hier machen sollen. Lol. So funktioniert das. Also die Erkundung ist eine Quest, die wir kriegen. Und zwar, dass wir Rüstung heilen sollen. Für uns oder für Teammates. Wo wollen wir denn hin? Da ist schon mal ein Team. Wäre cool, wenn wir da einfach mitmischen könnten. Oh, wenn man den... Wenn man die... Wenn die Blätter weg sind, sieht der Baum ganz hässlich aus. Oh nein. Komm. Meins. Oh lol, den haben wir nicht mitgenommen, oder? Nein, her damit. Nice. Haben wir noch bekommen. So, das ist das Team. Der rechte spielt zum ersten Mal. Der linke sieht ganz gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Der war sehr oft in der Top 12. Und das ohne Kills. Heißt, er hat allgemein nicht viel gespielt. Und ist fast jedes Match in der Top 5 gelandet. So kann ich mir das am einzigsten erklären. Von wegen, warum einer so wenige Kills hat und dann in der Top 5 landen kann. Bei uns war das ja auch so, ne? Wir hatten auch ganz wenige Kills. Wir waren aber echt oft in der Top 5. Zu Beginn. Irgendwann haben wir dann ganz viele Matches verloren. Und ja, das... Das passiert jetzt öfters, dass wir es mal nicht in die Top 10, äh, Top 5 schaffen. Warte, Bogen muss auch mit. Gibt es hier denn noch mehr hier oben? Ne. Da rechts ist einer. Cool, legendary Rüstung. Wo genau ist er denn nur? Oder habe ich hier nicht jemanden gesehen? Oder war das die Welt, die geladen hat? Kann natürlich auch sein, Leute. Ah, da. Unser bester Freund, die Armbrust. Wir müssen eigentlich jemandem die Rüstung geben. Äh, wer war denn der Gute? Soulless, ne? Warte, wird der das checken? Meine, meine. Wir müssen das ihm geben. Okay, weil das macht mehr Sinn. Wir spielen auch Fernkampf, Leute. Wenn wir die legendary Rüstung haben, werden sie nicht voll ausnutzen können. Er aber schon. Wir schicken ihn nach vorne. Und er tankt alles. Während wir drauf waren. Aber dem Threat- Threat-Tab hätte ich das jetzt nicht gegeben. Der hat, äh... Der hat jetzt sein erstes Match. Laut den Statistiken. Oh, Soulless hat eine Ping. Ich hoffe, du stirbst nicht einfach wie ein Bot. Das wäre schlimm. Jetzt haben wir, by the way, gar keine Rüstung. Das ist auch was. Nee, 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 nee. Du spielst Nahkampf, Junge. Du musst Nahkampf spielen, Alter. Sonst war die Investition es nicht wert. Ich denke, es ist so oder so wert. Wenn wir davon ausgehen, dass ich hier der beste Spieler bin. Und am längsten überleben kann. Und zwar bis zum Schluss. Wenn ich drauf Lust hab. Äh, dann... Da macht schon Sinn. Cool, wir haben endlich eine weiße Rüstung wieder. Wir hatten eine Legendary. Haben sie abgegeben für eine weiße. Nee, haben sie abgegeben für nix. Und jetzt haben wir endlich eine weiße. Ist auch gut, ne? Guter Trade. Guter Verlauf der Dinge. Wir öffnen eine bestimmte Truhe. Die ist hinter uns. Nee, die ist vor uns. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Oh. Da ist jemand. Er hat's aber nicht gesehen. Dann lassen wir das. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir beginnen, zu spüren. Doppelschusskanone. Steinform. Ja, toll, du Noob. Steinform, keine Ahnung. Irgendwas. Er braucht's anscheinend. Weil er hat's sofort genommen. Anscheinend kennt er die Items schon auswendig. Nee, Spaß. So ist es halt mit Noobs, ne? Die nehmen sich direkt alles. Was haben wir hier? Ich hatte auch Angst, dass er sich die Rüstung klauen wird. By the way. Er hat dich auf jeden Fall richtig befürchtet. Er hätte das nämlich auf jeden Fall gemacht. Oh, ne blaue Rüstung. Nice. Haben wir ihn weggeschnappt. So, noch ne blaue Rüstung für dich. Ich habe etwas sehr gut gefunden. Zeit, um die Dott ist bereit, um zu öffnen. Warum nimmt er die nicht? Keine Feinde in Sicht. Was ist das?